Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Udi und ich begrüße euch. Zum Hardware Video von der Massage Pistole von Bob & Brad. Wir haben jetzt gerade Unboxing gemacht. Jetzt wollen wir mal den Vergleich zur ersten Version anstellen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie hier verbessert haben. Die Verpackung sieht exakt gleich aus. Ein grauer Koffer, wo Bob & Brad draufsteht. Den habe ich mir jetzt gerade von meiner Freundin wieder geholt. Der ist hauptsächlich bei meiner Freundin. Damit knüppelt sie sich immer die Waden durch. Und drücken und so, wenn sie von der Arbeit kommt. Die sehen eigentlich fast exakt gleich aus. Wir haben bei beiden hier so einen Fehlladen. Ach, hier ist das umgedreht. Wir haben bei beiden hier so einen. Ach so, das habe ich dann nur umgedreht wahrscheinlich. Oder? Machen wir mal so. Bei beiden eine Spitze, abgeflachte Spitze, die Kugel und das gabelähnliche Teil. Ähm, vom Optischen jetzt. Hier ist jetzt hier oben nicht das, was da drauf ist. Wir gucken uns das jetzt einzeln nochmal an. So, wir haben hier beim alten, ich habe auch alles mit beigelassen, weil ich habe ja hier noch USB zum Laden. Ich habe das alles so schön komplett immer gelassen. Wir haben hier halt ein USB-C. Beim neuen natürlich ist es auch ein USB-C. Also da hat sich nichts dran geändert. Das habe ich damals schon sehr toll gefunden. So. Machen wir das mal hier rüber. So. Aber hier haben wir die beiden neuen. Also alt und neu. Ich zoome mal ein Stück ran. So. Das ist neu. Das ist alt. Hier haben wir oben was dran. Hier nicht. Hier haben wir Klavierlack. Hier haben wir Klavierlack. Hier und hier. Hier ist matt. Hier ist alles Gummi. Hier ist also grau. Und hier ist fest ein bisschen gummiert an. Aber hier ist halt Plastik. Und also die finde ich vom Optischen finde ich die ein Stück schöner. Die wirkt auch ein Stück kleiner. Ich guck mal. Ne, die ist genauso groß. Aber alleine von der Farbe her und so wie die Zusammenstellung ist, wirkt die ein Stück kompakter ein Stück kleiner. Hier ist abgeflacht. Hier nicht. Hier geht es ein bisschen konisch zu. Hier ist hier vorne. Ich würde sagen, wiegen gleich. Wir haben bei beiden den Anschalter hinten. Wir drücken halten. Wir drücken halten. Ach, wir haben hier beim alten haben wir hier oben die Anzeige über die Stufen. So, das ist die höchste Stufe. Und hier unten drei Punkte für den Akku. Entschuldigung. Hier haben wir vier Punkte für den Akku. Aber auch unten. Und die Anzeige haben wir hier oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte. Genau so viel. Also alleine von der Haptik würde ich jetzt sagen, ich habe jetzt beide auf der obersten Stufe. Die ist etwas besser für die Hand. Die vibriert mir nicht die ganze Hand weg. Die alte ist ein bisschen mehr brummiger. Also tiefbrummig. Und die neue eher ein bisschen höher brummiger. Jetzt nehmen wir einfach mal... Ist cool, dann kann ich jetzt auch noch ein Teil, den ich hier unten haben. Nehmen wir einfach mal das mit Luft. Das ist die unterste Stufe. Und so macht meine Freundin sich dann immer halt praktisch die Waden. Die gibt nichts besseres, sagt sie, wenn sie dann die ganze Zeit zwölf Stunden auf der Bene war. Sie macht dann meistens so bei Stufe zwei oder drei. Also nicht volle Pulle. Also erstmal eins, dann zwei und dann bleibt sie bei zwei oder drei. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Und ihr könnt aber auch... Zum Beispiel das hier nehmen. Das ist halt Plastik. Mach ich mal auch auf Stufe zwei. Das ist auch ganz angenehm. Da denkt man eigentlich, weil es Plastik ist und halt ohne diese Luft, was in dem anderen Ding ist. Ist das härter oder so? Gar nicht. Ganz und gar nicht. Also wenn ihr natürlich hier aufdrückt, wie das Equat... Ja, aber wenn ihr ganz normal so rüber geht, über euren Arm. Zum Beispiel hier. Über die Muskelpartie ist das wirklich sehr, sehr entspannt. Die ist jetzt wirklich... Die Spitze... Die Spitze benutzen wir selten. Sehr, sehr selten. Na komm her. Die ist wirklich dann halt punktgenau. Für Übergänge und so. Aber die benutzen wir halt sehr selten. Eher so ein bisschen was größer. Den Ball, den benutzen wir auch sehr oft. Also meine... Och Gott, jetzt kriege ich nicht raus. Moment. Also meine Freundin. So. Das ist auch sehr angenehm. Vor allen Dingen durch das Material. Das ist halt, wie gesagt, so eine Art Styropor oder sowas. Keine Ahnung. Bisschen grobhoriger. Ist auch sehr angenehm. Das magst du auch, wenn ich damit den ganzen Rücken mache. Also meine Frau. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das benutzen wir ganz, 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 ganz selten. Weil das ist meiner Frau unangenehm. Diese doppelte. Man kann es so natürlich auch nutzen. Und dann hier so. Zum Beispiel. Aber das mag meine Frau gar nicht. Das ist meiner Frau sehr, sehr unangenehm. Das mag sie überhaupt nicht. Das Geile ist jetzt, dass ich jetzt V2 und V1 habe. Ich kann eins davon bei mir lassen. Und eins geht dann wieder hoch zu meiner Frau. Weil meine Frau braucht das wirklich regelmäßig. Verarbeitung ist wieder, wie beim ersten Mal, wirklich bombig. Sieht wirklich top aus. Klein, handlich. Ich finde das neue Design halt, ohne diesen Knubbel hier oben. Schön kompakt. Sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Föhn. Oder wie so ein Notausstiegshammer. Und mit dem Klavierlack hier finde ich echt toll. Das Gummi fässt sich hier auch weicher an, als bei der alten Version. Bei der alten ist es auch weich. Man merkt dann halt so den Übergang hier zwischendurch. Hier merkt man kaum Übergang. Und das ist wirklich ganz, ganz weich. Also wirklich gut verarbeitet, gute Qualität. Den werden wir jetzt in der nächsten Zeit die V2 Version benutzen. Und dann mal gucken, was meine Frau sagt. Ob sie da einen Unterschied zur V1 Version feststellt. Und wenn ja, dann kommt dann nochmal ein Video. Ich zeige euch nochmal beide Koffer. So. Das ist die V1. Das ist die V2. Also da siehst du wirklich keinen Unterschied. Ja doch, von der Musterung vom Stoff. Hier ist halt ein bisschen mehr Weiß mit bei. Hier ist ein bisschen mehr Grau und so mit bei. Okay. Aber der Handgriff sieht gleich aus. Sieht gleich aus. Also sonst kann ich da keinen Unterschied feststellen. Was sie da jetzt halt, also. Optisch haben sie sowas geändert. Und wahrscheinlich der Akku wird mehr durchhalten. Aber wobei wir eigentlich sagen müssen, wir hatten mit dem Akku Probleme. Wenn der voll geladen ist, dann hält der wirklich schön lange durch. Äh, meistens zu lange. Da wird mir eher der Arm taub vom Brrrt, wenn ich Frauchen damit bearbeite. Aber sonst haben wir überhaupt keine Probleme. Auch laden ist ja ziemlich schnell. Also da kann man echt nicht meckern. Also das ist meine Meinung. So. Das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Alle kann ich noch nicht beantworten. Wir müssen die V2 jetzt erstmal benutzen. Und dann kann ich auch mehr dazu sagen. Bis dahin. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.